Hallo und herzlich willkommen heute zu den Grundlagen der traditionellen Leistungsbewertung im instruktionsorientierten Unterricht. Für den Leistungsbegriff gibt es tatsächlich unterschiedliche Definitionen. Im Schulkontext versteht man unter Leistung die Ausführung einer geistigen oder körperlichen Tätigkeit, die mit einem gewissen Maß an Anstrengung verbunden ist. Da bezieht sich die Leistung auf einen Prozess oder aber das Ergebnis einer solchen Tätigkeit, das an einem Maßstab gemessen wird. Die angelegten Maßstäbe für diese schulische Leistungsbewertung bzw. Notengebung können dabei sehr unterschiedlich ausfallen und weisen jeweils Vor- und auch Nachteile auf. Hier werden drei Bezugsnormen zugrunde gelegt. Die kriterienorientierte, die soziale und die individuelle Bezugsnorm. Schauen wir uns diese drei Bezugsnormen, die wie Zahnräder ineinandergreifen, nun einmal genau an. Bei der kriterienorientierten Bezugsnorm wird ein sachbezogener Maßstab der Bewertung zugrunde gelegt. In der Regel werden diese durch Lernziele und Bildungsstandards im Vorfeld festgelegt. Schließlich wird die Lernleistung der einzelnen Schüler mit dem Lernziel, dem Kriterium, verglichen. Lasst uns als Beispiel mal den hessischen Rahmenlehrplan des beruflichen Gymnasiums mit Fachrichtung Technik heranziehen. Denn hier steht als Lernziel, dass die Schüler und Schülerinnen grundlegende metallische und nichtmetallische Werkstoffe und deren physikalischen und chemischen Eigenschaften unterscheiden können sollen. Das Erreichen dieses Lernziels kann gut durch einen schriftlichen Test dann überprüft werden. Die Distanz dieser Prüfungsergebnisse zum Lernziel gibt einerseits Rückmeldung über den Erfolg der bisherigen Lern- und Lehrbemühungen und andererseits auch Auskunft über die noch zurückzulegenden Lernschritte, bis das Lernziel erreicht ist. Und nun können wir über diese kriterienorientierte Bezugsnormen eine Pro- und Kontradiskussion führen. Stellt euch einfach ein Bild von verschiedenen Tieren vor, die unter einem Baum stehen. Die Anweisung des Lehrenden lautet nun klar und deutlich. Im Zuge einer gerechten Leistungsbewertung bekommt ihr alle dieselbe Aufgabe. Klettert nun auf diesen Baum. Die kriterienorientierte Bezugsnormen hat den Vorteil, dass Prüfungen nachvollziehbar bepunktet und bewertet werden können. Ein Minimal- und Maximalstandard wird festgelegt, ebenso wie die Punkteverteilung. Die Leistungsanforderungen sind dann für alle Schüler und Schülerinnen, die geprüft werden, gleich. Dies erweckt den Anschein einer gerechten Prüfung. Aufgrund der heterogenen Zusammensetzung einer Lerngruppe sind jedoch die Eingangsvoraussetzungen sehr unterschiedlich. Schüler und Schülerinnen mit hohem bereichsspezifischem Vorwissen, unterstützendem und sozioökonomisch gut situiertem Elternhaus haben Leistungsvorteile. Demgegenüber sind die sozial schwächeren Schüler und Schülerinnen mit geringem Vorwissen, mit Sprachbarrieren oder beispielsweise einer Teilstörung wie Legasthenie oder Dyskalkulie im Nachteil. So, das war's in der Leistungsmessung mit der kriterienorientierten Bezugsnorm. Im nächsten Video schauen wir uns die soziale und die individuelle an. Bis dahin. Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.